Beste Österreicherin in der heutigen Prüfung der großen Tour, Bianca Barbanitz mit Bellucci Balou. Bianca, erst einmal herzlichen Glückwunsch, eine sauschnelle Runde und gleich einmal auch in Führung gegangen. Hast du schon am Anfang gedacht, es könnte sich heute was Gutes ausgehen oder wann ist so der Moment, wo du sagst, jetzt muss ich angreifen? Eigentlich habe ich mir das beim Parcours schon gedacht, aber man weiß in Wirklichkeit nicht. Die erste Wendung habe ich gleich super geschafft und dann habe ich gleich weiter gekämpft. Jetzt ist natürlich auch noch wichtig, nicht nur schnell sein, sondern auch, dass alles oben bleibt. Bellucci Balou, was ist das für ein Pferd, was ist das für ein Charakter? Sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr viel drinnen. Ich muss halt langsam anfangen und nicht gleich zu hoch reiten. Sehr viel Potenzial. Nicht gleich zu hoch reiten, fangen wir mit der großen Tour an im Wochenende. Gut, Bianca, es ist das Einsterneturnier jetzt hier in der Arena Nova, sicher auch für dich und deine Pferde die erste Hallenveranstaltung. Was sagst du, was bietet der Veranstalter hier euch Reitern für Möglichkeiten? Also ich finde, es ist einfach perfekt hier. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue. Ich bin das zehnte Jahr durchgehend hier in der Arena Nova. Feiere dieses Jahr Jubiläum, gleich einen zweiten Platz, auch nicht schlecht. Und freue mich jedes Jahr mehr hierher zu fahren. Ja, es gibt eigentlich fast nichts zu verbessern. Und das bisschen fast kriegen wir auch noch weg. Bianca, du hast jetzt schon wieder eine Aufgabe vor Tier, noch ein Pferd in der kleinen Tour. Wen werden wir sehen? Ich habe jetzt einen Sechsjährigen von Upgrade. Habe ich in die kleine Tour genommen, da er erst am zweiten Turnier ist. Hatte gestern leider einen Fehler, aber trotzdem sehr brav. Ist alles sehr grell da herinnen, er ist sehr sensibel und war ich voll auf zufrieden. Dann gehst du jetzt die grellen Hindernisse anschauen. Parcoursbesichtigung läuft schon, 17.30 Uhr geht's los. Danke und weiterhin toi toi toi. Dankeschön.